Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Practice-Runde League. Sollte es Menschen geben, die es komplett verfolgen, wird feststellen, dass das letzte Prime League Spiel fehlt. Das liegt eventuell daran, dass die Aufnahme gecrashed ist. Also wir haben tatsächlich auch 0-2 verloren, jetzt könnte man behaupten, wir hauen unsere Losers, zeigen wir einfach gar nicht. Aber ja, ich glaube, ich muss ihn anmuten. Im Moment arbeite ich harter daran, dass Smulder in meinem nächsten Yo-Shop drin ist. Also Fliskons hat er wahrscheinlich gar nicht, ja? Nö, einen halt. Der ist ja... So. Haben wir was vor? Ja, hier. Hier. Durch die Mitte und da rein. Der X-Baito Invade. Hat das jemals Erfolg so? Was Invade? Von X-Baito. Vor allem, womit... Also womit... So und jetzt hier durch den Busch nach oben. Mit welchem... Und jetzt hier an der Wand und dann muss einer gleich jemand... Okay, ist keiner da. Also... Okay, ja gut, dann reicht schon. Ja, wenn da einer einfach im... Oh mein Gott, okay. Aber wir sollten da nicht mehr hingehen. Wenn da einfach einer im Busch steht, dann ist doch... Also... Ja, wenn einer hier covert, dann fixe ich den meistens. Ja, warum covert man da? Stars are racist. Äh, kann ich hier irgendwo ein River of Warcraft vielleicht noch irgendwas haben? Ich glaube, wenn der mich besuchen kommt, hat das ein Problem. Nicht auf der Lane, äh, Christian. Nein, Flut? Ja. Vielleicht nur kein Wort auf der Lane. Ja, lass mal lieber... Also ich würde... Ich würde mir einen Try-Fast... Fast... Face-Checken. Ja, ja, ja. Sprich die aus. Ich habe nicht wirklich Ahnung, wie man Tara gespielt hat. Ich weiß nur, was die Skills machen, oder? Hm. Wird schon. Oh, hallo. Hm, zwei Stacks für mich. Das ist gut, sie. Oh, der played by Krisen, ne? Ja, der hat gepullt. Ja, der ist level zwei, hm? Hm. Okay, wenn wir das machen, dann... Also noch Gucci. Hm. Hm. Oh. Was war das denn für ne? Haben die Bot gewartet? Äh, ja, ich habe jetzt gerade Okay, ich base und nehm Toplane Scuttle Nice, Flash Ignite raus Nice Oh mein, ich bin das vom allerletzter Tick Dann noch ein zweiter Tom-Shot, kommt derweil doch wieder Level 2 hin und so weiter Können wir die zweite Scuttle verteidigen, falls ihr die Test will? Oh, ich bin relativ low Ich mach drei Powershots, denke ich, dann... Ich komm aus der Mitte hochgelaufen Okay Alles gut, danke danke Okay, ich komm, ich komm Ah, ich hab keine Skills mehr Ich hab keine Oh, ich hab den zweiten Cannon vermisst Ah, Schmerz Ich würde jetzt full clear into Drake machen wollen Was ihr Bescheid wisst, so ungefähr ne Minute Drake Ja, wir sind relativ weak-weak-bot, ne? Vielleicht mach ich ein Gangfeuer, dass wir den besser contesten Ja, die wollen die... An den Voids Ah ne, die kommt mit dir Alles gut, ich bin safe Hm, die ist bei den... White Scrups White Scrups Die verliert doch so viel auf der Top, oder? Man, der ist kein Freeze Nö, Slowpush Ich kenne mal, ob ich Pod kommen kann Okay, gucken mal, ob ihr rein könnt Wollen wir auf den Trash gehen? Naja, die geht ja definitiv um die Wall Okay Sollen wir nochmal versuchen? Oh, äh... Oh, äh... Äh, hier kommt, ne? Hier kommt, ist gerade beim Ragen Okay Ja, wir müssen raus, glaub ich Wir können Mitte killen, wenn jemand Lust hat Ah, du bist noch nicht 6 Hier ist am geil Ah, das muss nur, glaub ich, lassen Gwen hat keine Ult Aber ich schwöre, die fällt schaden Wenn die beide Stundinger, beide pinken Hm... Ich seh Wie geht Richtung Metro? Mirilla Smith Aua Wir tauschen Doki, oder sollen wir so weiterspülen? Mir ist egal Ich kann nur noch tauschen mit dir Dann geh ich top Mhm Also ich werde es auf jeden Fall sehr unangenehm zu spüren Ich habe aber auch nicht gut gespielt Kann man die killen? Kann man die killen? Die Worte ist an der Base Also der Threshart Moves Kann sie mitbekommen Oh, braucht man raus Ah, die Aurelia hat voll verkackt Hier, hier, kill den Danke Nice War gut Hier, ich würde vielleicht gerne den Ja, ich kann da mit Ah, der Thresh ist an dem, ja Ich würde noch gelten spielen Gwen TP Gwen ist top Oh, helfe, helfe, helfe Ja Nice Okay Nice Stark reingelaufen von ihm Ja, schon ein bisschen Ich geh wieder top, Doki Okay Ich habe nicht aufgepasst gerade Ich dachte, Thresh ist hinter mir Heißt, dass die den Invade contesten Ja, dachte ich tatsächlich auch Aber ich glaube, sie haben sich dann halt wirklich entschieden Ich habe doch keine Vision an dem Ich glaube, ein 2 habe ich, oder Stunder und ich habe Flash Nee, ist er auch da Wenn, dann müssten wir jetzt Wollt ihr das jetzt versuchen, oder? Nee, ich glaube Okay, ich glaube, hat sie erledigt Ich glaube, die kommt jetzt auch Ah, ist schwer Die zu engagen ist super hart Ja Und die über die Wall, Laterne Muss den Stun quasi treffen Ansonsten ist Ach, ja Hier steht natürlich ein Rod an Da hätte man vielleicht auch dran denken können Ich würde hier gerne kurz zwei Stück von machen Wenn möglich Hier kommt jetzt ein Ja Gwen ist low, Gwen muss base Willst hier rein? Willst hier rein? Können wir machen Aber ich würde gerne noch die Wave hinter den Tower pushen Ist es fein? Ja, ich bin fein Wenn ich fein Jupp, so Der hat noch Flash, Ult Musst du alles absumberern Ich habe Ult Ich komme jetzt runter Das ist wirklich kein Flash Das ist geflächig, Neid, Ult Wollen wir den hier abräumen? Ich habe Ult Wird schwer Ja, dann Jetzt Räume ab, komm Lass uns mal los Nice Und Irelia ist low, also die muss base Ja, die base ist fast Ja Ja Ich hole jetzt schon mal Vision für Drake Maybe Ich habe TP, dann gehe ich jetzt base und top Oder Mitte Ja, ich gebe top Ja, ich gebe top Ich habe keinen TP ab Ja, ich muss top deffen Ah, nicht in TP, ne? Dann laufe ich Wollen wir den Drake spielen? Mhm Mhm Ja, dann laufe ich top Obwohl, ja, dann verlieren wir den Tower, ne? Ah, ich muss Äh, oh, ähm Der Zrash, Gwen, der hat die Vision Ich finde mir die Sicherheit, die Gwen Wenn die jetzt runterläuft, dann können wir den Drake nicht Zrash ist hier? Ah, ne, die bleibt hier Ach, mein Scheiße No more way Irelia ist ein Schlepp-Tower Vielleicht kommen wir nicht raus Ich bin jetzt gleich auf Ja, fighten, fighten I get Die Ceri rennt mich runter Die ihm? Die 4역 Hö, lyst du? Egal Ja, die Ich bin mich Ja, aber die ist doch doof, oder? Also die geht hier über die Walldingen. Ja, das ist vielleicht auch noch nicht durch. Ah, da ist der andere Flasht. Ich hab die Ruhe auf. Ja, ich glaube das ist der andere Flasht. Ja, ich glaube das ist der andere Flasht. Besser spielen, dann stirbt dir einfach. Okay, willst du Top oder Mitte? Ah, die eine Midwife hier würde ich dir mitnehmen, lol. Pass auf, Yannick, die Area moved. Ja, ich komme den falschen Weg. Ich dürfte kein Ignite haben, keine Ulti. Ich komme. Watt hat jetzt Move, oder geht auf die Map. Also die werden wahrscheinlich auch zum Parallel, oder was ist das, kommen. Ja, wir können die killen. In my way. Boah, die Mitte sind zwei Leute die hier hochmoven könnten. What? Thresh und Irelia. Ah, ich hatte Angst. Hier ist es schon. Hier ist es schon ja. Thresh und Irelia sind mit Line. Ich bin, ich bin am Moven. Zähle ich sich da? War ein bisschen zu früh, ne? Ja, war zu früh. Sorry. Ich hab nicht geguckt, wo Chris ist. Oh, ich hab jetzt noch mal den nächsten Pfarrer, wahrscheinlich. Oh, wir haben Gates, theoretisch. Ja, aber die geht über den Wann, wenn dann ist die... Ja, lol. Dann läuft sie bereit, direkt dann gar nichts vorhin. Neueste. Was für ein Power gestorben ist, wahrscheinlich nicht so was, aber... Ich will mir den je. Oh, ist geflasht. Aber nichts ab. Oh, Doki, was ist denn da los? Oh, Doki, was ist denn da los? Bruder, hättest du mich jetzt resealt, ne? Der ist geweint. Ja, geh du mal, top. Farm. Dann geh ich gleich bot. Okay, mein Turret. Zwei sind tot, Mitte vielleicht. Ja, der Thresh spielt für mich hier. Ich kann gleich von hinten flanken, lass Mitte fighten, oder? Ja, ich komme. Alter, okay. Ich kann gleich rufen. Ich weiß nicht, wo die... ...Grenn ist. Ja. Ja, die ist topside. Ah, wenn er geht, ist... ...Grenn ist krass. Ah, der ist zu schnell. Ich gebe jetzt nur... Ist ja so schnell, der hat 375... Ah, okay. Ich bin da auch langsam. Ah, der ist übelst tanky, Holy Moly, Alter. Ja. Ray, bist du dann 40? Der hier war irgendwo topside jungle, ja? Der hier kann von unten auf dich drauflaufen. Ja, dann läuft's. Ja, das ist ja. Ich habe gerade das Red Trinket-Ding bei mir auf der Lane gesehen. Von der Gwen. Oh, das ist ein Tanky. Mhm. Ich brauche Hilfe. Und da kommt die Hilfe zu spät. Oh mein Gott, Alter, der Heal. Nice. Holy, ah, schade. Ah, die ist geflasht. Oh mein Gott. Darf die das? Darf die das alleine? Ja, ja. Komm nicht drauf. Ja, darf sie. Erst, als sie nicht alleine fallen, ist sie einfach Turbostock. Aua. Ich bin auch strong. Ah, wir haben sie gekriegt. Dragon ist up. Ich komme mit dem Portal gleich. Ah, hier läuft Irelia und Thresh im Gange bei uns rum. Ah? Ah, einer muss top gehen. Den Thresh können wir nicht durch. Lukas wird auch nicht durch. Watschi, ich war da Vision, Alter. Irgendwo ist Vision. Ah, der Track ist jetzt noch gone wieder. Topside? Wie, push? Hier war ein Ward drin. Ah, ich mach. Bot. We're all headed toward the same inevitable end. No need to ride. Komm, top. Ja, komm, top. Oder? Buh. Ich bin tot. Nice. Kann ich pushen. Ich mach hier die Cracks. Ich glaub, wenn wir irgendwie das Spiel rausgezogen bekommen, dann... Ja, Late Game gewinnen wir. Glaub ich auch. Ja, ich mein, die scalen schon auch sehr, sehr gut, ne? Aber... Ja, die sind Full-AD quasi. Außer Gwent. Ausnahmsweise ist mal die eine AP-Quelle nicht gefehlt. Also, ne? A Thresh ist irgendwo hier im Gentleman. UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Ja, ich muss auch noch mal fahren, du Hund. Ja, dann krieg ich keine Stacks. Das ist natürlich... Okay. Strong. Ah, uuup. Mitten an der Mess? Geht keiner holt, oder? Wie ist der denn hier? Äh, Gwent hat keiner holt, ne? Ja... Ich glaub, es hat sich überledigt. Ja, brauchen wir. Machen Barren, oder? Können wir das stoppen? Nee, das ist erst in 6 Sekunden ab. Ich kann das stoppen. Ah, schaffen die nicht, ne? Okay. Dann haben wir aber gleich einen TP-Up, ne? Ja, haben wir. Ich hätte vorschlagen, dass wir da aber hingehen. Also, ich würde schon sagen, schaffen die. Ja, wir sollten da jetzt hin. Mit Yi. Ich hab TP. Los, 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 los. Hm... Tank vor. Stell mal ein Watt. Noch, äh, noch einen. Ja, ja, wird zu spät. Okay. Serie? Ja. Habt ihr hier noch? Ja, ne? Okay. Oh, da ist noch eine Gwen. Enttäusch. Geht ihn, geht ihn, geht ihn. Geht ihn, geht ihn, geht ihn. Geht Gwen, geht Gwen. Ja, die kann auch nicht gegen euch drei Gwen. Sorry, hätte den nicht nehmen sollen. Naja, das ist gut, ich hätte gerne die Wave. Ja, ja, hol dir die Wave. Ja, ja, ja. Okay. Vier Leute gekillt. Ist jetzt nicht so schlecht. Und die haben in der Mitte wirklich bekommen mit den Hyrule. In der Mitte. Ich hab ihn gechunked, bevor er sein Charge machen konnte. Kann ich basen, wenn hier keiner ist? Ich kann kommen. Ich hätte gerne in der Mitte. Dann halte ich die Wave, weil das Towerfall nicht so gut ist. Nice. Hast du doch, oder? Nope. Die hitt ich. Hast du nicht? Jetzt, jetzt, jetzt keiner mehr Baron von denen. Ich gehe top gegen Irelia. Da muss jemand bot. Ja. Otto ist auch gerade Wave-technisch. Ja, die ist schon tot. Ja, die ist halt weg. Dann bin ich sicher. Ich kann meine Stimme aus hier sehen. Ich kann meine Stimme aus hier sehen. das wäre jetzt unter mir einfach da war der vielleicht mit ich komme bitte ich kann mit ich kann auch gekriegt hat er hat sich mit der w sollten wir jetzt vielleicht nicht ja lasst uns wir können zurzeit in town ja ich wende ist top lane ja ich muss ich muss top gehen hol du den tower ich gehe top fighten fighten hier her ich muss top deffen ich will wir können nicht oh wenn die ulti noch raus geht oh wenn die ulti raus geht das war oder warum ah das ist total close ich komme aber die serie ist hinter mir wie ich nehme einmal das portlau wenn ich da vielleicht sterbe ja ich komme hinterher oh der hat zwei ja gesehen das war ein vor allem der da rauskommt die haben keinen smite die haben keinen smite die sind ohne hier und ohne gwen ja ja hier leuchten wir raus ich glaube ich nehme den gerade weg ja ok 20 sekunden bis die ulti da ist das ist er ja die space ok naja ja mhm irelia kann von hinten auf dich drauf laufen ja ja In der Mitte? Ich hab da Fleisch ab Ah, die wollen Baron haben, halt Ja, die werden da Top shoven und dann Baron gehen Ich kann einer nicht jemals kaufen Äh, also wir machen nix bei Baron, ja? Wir sind zumindest grad nicht in der Position Rein theoretisch, ich würd mit der, ähm Mit der, mit der Ult die, die Zeri fokussen Ah, okay Hier ist Mitte, also sind wir bei Baron? Vielleicht ist er Was ist hier? Ja, wir sind halt durch alle Wars gelaufen Ich hab den Falken Ult vielleicht auch, oh, ah Okay I guess das ist Baron abgeben Okay Also was ist der Plan? Ja, ich brauch jetzt noch 13 Stacks Für den nächsten Fight, ich glaub viel mehr Zeit zum Scalen kann man nicht 13 Stacks, aber vielleicht Ähm Von Item Base Ja, wir haben einfach 4 Items noch Wir haben keine wirklichen Wave außer, außer mit Wave Die werden leicht Barren rotieren Ja, die haben Barren mit diesen Wave gleich Hm 8 Stacks Boah, ist da schon ein Wort, ne? Also Eri ist nicht da Guck mal jetzt gleich nach einer guten Gelegenheit, wo du in Malfight fliehst, immer sittest und dann Komm erstmal jetzt hier noch raus Hier Boys Hier, okay Ja Hinter uns Hinter uns Ja, ist vorbei Ah, ne, könnte.. Ahh, ne, ist vorbei Jo, ah Wenn finisht Wenn finisht Ja, ist vorbei Ist schafft er nicht Ich hab noch Flash Oh, richtiger Flasch, was weiß man? Ja, okay, schafft er doch Wo muss er eine Dicke Wave, gleich kommt Das ist natürlich, Elder Drake ist natürlich so ein Ding, ne? Ja, bot Da steht wahrscheinlich nur Kriegst du Botriff gecleared? Ja, vielleicht muss wahrscheinlich gleich top was Obwohl, ne, wir haben einen Inhab wieder Was machen wir, wenn die Können wir hier vielleicht irgendwie einen Catch finden? Also, jetzt aktiv mit einem Catch suchen? Dann brauchen wir mehr Wir haben keinen Catch ohne mehr verdrückt, ne? Ja, ja, wo? Äh, aber ich muss top defen Ja Sonst finishen, die Regier Kannst du top halten, Lena Die sind dran, die sind dran Komm, lass einfach den Fall Oh, 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 die finishen Die finishen, ich brauche den Die finishen, okay Scheiße, okay, dann Du kannst ja auch nicht stoppen alleine wahrscheinlich, ne? Ne Haha, ich mach halt nix Oh, Alter Ja, der sollte den Aber ich mach nicht Das ist dicht.